Wir sind ein Verein, der nicht wühnenorientiert ist und das Ziel und der Zweck unseres Verein ist, das einzigartige historische Flugzeug F156, welches 1937 das erste Mal geflogen ist, weiterhin am Leben zu erhalten, nicht nur im Museum, sondern wir fliegen damit und wir haben mehrere von diesen einzigartigen Maschinen, unter anderem auch das A97, den wir kürzlich vom Verkehrsmuseum in Luzern bekommen haben und mit diesem Fliegen werden wir ab dem Sommer und im Herbst die Rettungsaktion, die Rettung am Gauligletscher, nachfliegen und werden auf dem Gauligletscher landen. Und wir gehen mit dem Pferd und mit diesen Informationen ein bisschen auf das Ereignis, was dann im Herbst stattfindet wird. Der 70. Jubiläum von diesem Ereignis werden wir etwas aufmerksam machen. Wir stehen hier gerade vor einem Wagen, der das ein bisschen dokumentiert hat. Es ist eine C-53, die abgestürzt ist. Die Maschine ist 1946 verschollen. Sie war auf einem Flug für amerikanische Militärmaschinen von München nach Südfrankreich, hat dann durch den Navigationsfehler die Orientierung verloren und ist auf dem Firmenfeld vom Gauligletscher, kann man sagen, aufgeprallt oder sanft gelandet. Und die Schweizerische Luftwaffe, das heisst zwei Fies oder Störch, haben dann alle Leute, die praktisch unverletzt waren, nach ein paar Tagen grossen Besuchen dort erorten können und glücklich wieder ins Tal herunterbringen. Die Einzigartige an dieser Maschine ist dank den Vorflügeln. Ich habe die Maschine eine Minimalgeschwindigkeit von unter 50 km. Da oben ist sie schon. Und da sehen Sie, wie ein normales Flugzeug stürzt ab, bei diesen 45 km. Schön, vielen herzlichen Dank für die Informationen. ...des legendären Kurzstart-Landungsflugzeuges Wieseler-Storf. Im Rahmen der Flugfahrt wird der neue FMA-Flex vom Flugplatz Sitterdorf kommen, kommt nun das Flugzeug über uns, wir sehen jetzt. Er beschleunigt, am Steuer der Alphen-Nein-Sitz-Urs-Baltisberger, der beruflich bei der Swiss als Cheffluglehrer des neuen Großraums-Landstritten Flugzeuges Boeing 777 blieb. Würstiger der Alphen-Ahrwohner, der in seiner Jugendzeit auf dem Berg gewohnt hat. Zusammen mit seiner Gastin darf er wirklich stolz sein, auf seinen ersten Flügge gewordenen Storf, der uns noch etwas zahlhaft seine Flugeigenschaften an den Alphen-Klassenkarten zeigen darf. Er könnte ohne weiteres hier in Alphen auf dem Rasen oder fast auf jeder Wiese landen und kommt mit den gleichen 50 Meter Startrollstrecke auf. Roland Grünner ist bei mir, da haben wir noch mehr Flugzeuge, außer dem Fieseler-Storf. Roland, wer hast du ausgerichtet, ab und ab und ab, wer kommt von uns zu? Wir haben heute noch Formationsflug, wo der Flugzeug im Grün in der Alphen-Einstadt wo ich Formationsflug und auch Kunstflug wieder vorzeigen. Das sind ganze Flüggeflugzeuge der Gewinne. Siehtzeitsporter sind ja schon mit 4 für das Stuhl- und Trainings- und Verweigerflugzüge. Den in Position 2 haben wir ein Zugpark. Ein gelber Doppelbecker, das ist das Trainingsflugzüge-Zugstand aus der dritten Jahre. An der dritten Position ist der FW Verwagel, der ist im Alphen-Einstadt mit Fahrzeugwerken verruftiert worden. Und auch kurz starten. As rechter steht der FW Verwagel, der Stuhl- und Trainingsflugschung der Arten列ik. Die Stuhl- und Trainingsflugschung der Ralf- und Trainingsflugschung der Kurs quer. Ausrechter steht der FW Verwagel, der fикеend des Weisels in der Rechten أplen und die Kurs zur Einstellungen соDR. Der F-Rof- und Trainingsflugschung der Ralf-Haus. Der FW Verwagel ist der FW Verwagel. Erf- und Trainingsflugschung der Ralf- oder Böse-Sie-Aplen Ich fordere die Flugzeugflüge in den Adels, die Flügelzeugflüge in den Adels nach den Stolzweiten links zu bewegen, während die Viermennung zu decken und unter den Zettelbüchern die Reise des Flugzeugs, der Rest der drei sind in die Hohne, 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 die Hohne. Stolzwege Jetzt kommen die vier einzelnen Luftzüge, die führer sogar, dass die Läge echt rauskommt, durch einen viermal einen mit ihren Lehren, den wir nicht reichen, und hier in der Höhe zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.